Wenn gleich aller Ruhm für die Rettung mir zufallen wird, glaubt nicht, dass ihr leer ausgehen werdet. Ihr habt euch hier Bande geschaffen, die ein Leben lang halten werden. Was ist das? Möchtest du es wissen? Ah. Ja. Wer möchte? Ich möchte. Und jetzt. Zwei. Am besten zählt zu unter. Uah! Okay. Noch mal, ich drücke ein bisschen früher. Was war das denn? Ich habe abgestoppt. Warum hast du sowas? Ja. 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 La la la. Mal gucken, wie lange das durchsteht. Hier versucht zu machen, hält... Tadada... ...drei... 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 ...jowohl ja! Danke! Oh, wo sind wir? Oh, hier sind wir an irgendeiner Hülle. Ja. Sind wir hier etwa bei Mad Max oder was? In der Todeskuppel oder wie heißt das Ding? Oh, das weiß ich nicht. Aber es sieht mächtig danach aus, ja. Warum haben wir jedenfalls ein Lächter mit der Hülle gekommen? Siehst du hier irgendwo? Ach da, da ist es. Ja, ich habe es gesehen, aber ich war am überlegen, woher ich das hinpacke. Ach, ich muss essen. Nein. Ach so. Ach. Geh mal hoch. Jetzt brennt. Nein, ich habe das falsche Portal weggemacht. Boah, da kriegst du ja Augenkrebs bei. Juhu. Fast besser. Ich weiß, was wir zuerst machen müssen. Müssen wir da auch Flüssigkeit hinmachen? Ja. Damit wir schnell, sofort durchlaufen können. Ah, okay. Jetzt, warte. Ja, so dürfte reichen. Hoffen wir mal. Okay, wer möchte als erstes? Du oder ich? Okay. Ja, hab's geschafft. Fast. Aber immerhin nicht zerquetscht. Ging bei mir genauso. Angesichts eures Tempos bei diesem Test glaube ich allmählich, ihr teilt meine Hingabe für die Rettung gefangener, weinender, verletzter, sterbender Menschen nicht. Wenn euch das nicht motiviert, dann weiß ich auch nicht. Weinender, verletzter, sterbender Menschen. Habt ihr schon einmal Menschen gesehen? Sie sind genau wie man es sich vorstellt. Übel riechend, widerlich, anstrengend. Manchmal möchten sie einen auch umbringen. Aber sie sind tolle Testsubjekte. Schon eine Aussage. Hahaha. Oh ja. Dann haben wir da auf jeden Fall. Lass mal noch einmal spielen. Das habe ich mittlerweile gelernt bei Zufall. Ja. Hätte es wenigstens. Weil es so weit wie ich käme. Guck mal da. Ja. 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 Warte mal. Versuch dir mal aufzufangen. Ja. 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 Wo soll ich denn jetzt bitteschön landen? Im Nichts oder nicht? Guck mal. Ist das geni- Warte. Ach scheiße. Der wird ja- Der geht. Hahaha. Gerettet. Yeah. So. Hier kriegst du noch Pew. Ähm. Das ist halt nur die Frage, was wir damit machen. Geht nicht. Wie geht nicht? Hier auf der Gruppe, wo das Orange ist, geht nicht. Ja, da sollst du, äh, dahinter. Da, wo ich gerade gelandet bin. Hab ich. Und, kommst du da oben dran? Ja. Mach mal bitte. Einfach, dass wir mal die Karte ein bisschen aufdecken. Ja, Vorsicht. Das sind sechs Türme, ne? Ich spring kurz hin. Und, tot. Wenn ihr die Tests nicht bestellt, befreien wir die Menschen nie. Oh, das könnte fies werden. Äh. Oh nein, ich weiß. Ach so, klar. Was denn? Bitte. Nimm den Kugus. Ach, wir machen das mit dem Kugus. Der wird ja da zerstört. Der wird ja da zerstört. Warte. Wir probieren es trotzdem mal aus. Ja, äh. Gucken, was dann passiert. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Äh, was ist denn hier? Nee, 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 dafür sind die... Dafür ist der zu schwach. Ja, du musst ja mit. Was muss ich? Und jetzt holst du da rüber. Ja, und was soll ich damit machen? Dann setzen wir immer die Portale so. Ich hoffe, ich kriege das hin. So, und du setzt mich da jetzt gleich auf. Wo bist du? Ach so. Ähm. Ach. Ich möchte erst da durchfliehen. Und dann hier hin und her pendeln und irgendwie schaffend den Cube aufzunehmen. Okay, dann. Ich kann dich so gut erklären. Man merkt schon, oder? Doch, ich hab's genau verschleppt, was du meinst. Ja, aber ich musste dir erst einmal zeigen und fast sterben, bevor du... Bevor ich dich erklären konnte. Das stört ja nicht. Ob du stirbst oder nicht, ist egal. Ja, ich merk schon. Okay. Ich kann rennen? Ja. Kannst du nehmen? Ja, ich versuch's. Ich glaube, ja. Ja. Ich versuch's. Musst du's nur noch bei dem einen schaffen. Bei den anderen. Ich versuch's. Und geschafft. Und jetzt. Warte. Ah. So, jetzt kannst du springen. Du brauchst den Cube nicht mehr. So. Und jetzt musst du mir die zwei setzen. Die ich gerade gemacht hab. Ah, halt, 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 halt. So, jetzt stehen sie. Jetzt stehen sie. Uuuu. Ich wollte gerade einen High-Five mit dir machen. Du bist. Ja, ich möchte. Ich möchte. Ich möchte. Ich möchte. Ich-